Finden Sie vom Datenchaos zum Datenschatz. Erfahren Sie, wie eine gelungene Datenstrategie Ihren Unternehmenserfolg nachhaltig steigert. Einblicke, Erfahrungswerte und Tipps gibt es von den Datenexperten Michael Jungschläger und Sven Göllner. Wo man vielleicht auch mal um die Ecke denken muss. Mit großer Wirkung. Gute Sache. Bereit zum Durchstarten? Wertgeschätzt, der Podcast. Und damit mal wieder ein herzliches Willkommen in die Runde. Schön, dass ihr euch dazu entschieden habt, eine neue Folge unseres Podcasts wertgeschätzt zu hören. Dann kann die letzte Jahr gar nicht so schlecht gewesen sein. Ich hoffe, ihr seid gut in die Woche gestartet. Heute auch wieder dabei Sven Göllner. Ja, hallo. Grüßt euch erstmal und schön, dass ihr wieder dabei seid. Das war übrigens eine schöne Einleitung. Das hatten wir bisher noch nicht so, ne? Ne, das stimmt. Aber wir haben auch heute wieder was für euch dabei, was euch sicher interessieren wird. Weil deswegen hört ihr ja unseren Podcast. Und zwar geht es heute um das Thema versteckte Berichtskosten. Sven, was fällt dir als erstes dazu ein, wenn du versteckte Berichtskosten hörst? Naja, versteckte Kosten bei der Berichtsentwicklung, das ist immer so ein Thema, was wir in den Projekten auch haben, gerade in der Aufwandsschätzung. Also ganz am Anfang des Projekts werden ja Teilbereiche geschätzt und dazu gehören halt auch die Berichtsentwicklung. Und man muss sich da schon Gedanken machen, wie man bei der Berichtsentwicklung vorgeht. Und was wir aber heute meinen, sind auch die späteren Berichtskosten. Das heißt, das Projekt ist abgeschlossen, die ersten Berichte sind gebaut, also Standardberichte oder sogar die Dashboards. Und wir stellen aber immer wieder fest, wenn Erweiterungen vorgenommen werden, dass dann im Nachgang schon hohe Kosten entstehen, weil man bestimmte Grundsachen nicht berücksichtigt hat. Von der Datengrundlage, das Know-how, also man nutzt das Tool in der Gänze, wie man es eigentlich nicht nutzen sollte, weil es dann einfach missbraucht wird mit der Funktionalität. Und wir würden heute da so ein bisschen gerne auf die Ursachen eingehen, dann auch welche Faktoren sollten vermieden werden. Und was wäre denn der optimale Weg? Also das wäre meine Idee für heute. Ich weiß nicht, was du noch an Punkten hast. Nee, das, was du hast ja schon ein paar interessante Sachen gesagt, vor allem, also ich würde gerne das als erstes Thema aufgreifen, das Tool nicht so genutzt, wie es sollte, glaube ich, hast du gesagt. Oder dass es nicht so eingesetzt wird. Das ist ja auch das, was wir enorm häufig sehen, dass du zum Beispiel, du möchtest ein Standardsberichtswesen machen, nutzt aber ein Tool, was vielleicht eher fürs Dashboarding ausgelegt ist. Oder umgekehrt, was tatsächlich noch viel häufiger der Fall ist, dass du ein Standardberichtswesen hast, ein Tool, und jetzt möchtest du auf die Dashboards gehen, holst dir aber kein neues Tool rein, also kaufst kein neues, sondern sagst, ich habe ein Tool und damit möchte ich gerne jetzt hoch, grafisch und interaktive Dashboards aufbauen. Was häufig dazu führt, dass du die Funktionsweise des Tools so ausreizt und dass es unglaublich komplex wird, die Wartung voranzunehmen, das heißt, du hast viele komplizierte Berechnungen häufig da drin, musst Interaktionen schaffen, die es eigentlich gar nicht gibt oder nicht vorgesehen sind und das führt, glaube ich, dazu, dass die Berichte unfassbar komplex werden und was die Wartung aus dir aufwendig macht. Die Berichte, sondern die Applikationen. Ja, das ist ja eine Applikation. Es wird gar kein Bericht mehr, sondern, was viele vergessen, insbesondere in diesem Dashboard-Gedanke, das heißt, ich habe eine Ansicht und kann mit Filter-Einstellungen, also zum Beispiel das Ja oder die Produktgruppe und dann sollen die Diagramme miteinander interagieren. Und es gibt Werkzeuge, die können das ziemlich gut, die bringen das schon fast mit und es gibt andere Werkzeuge, da muss das Ganze manuell nachprogrammiert werden und es gibt Spezialisten, die sich da wirklich austoben. Und was ich immer ärgerlich finde, wenn dann Berater gerufen werden, wenn es nicht mehr weitergeht. Es ist ja häufig so, dann wird das Tool ausgereizt bis zum Gehtnichtmehr und dann sollen da neue Datenquellen rein oder ein neues Bestandssystem. Dann ist die Datenbasis noch nicht da oder wird auch nicht erweitert, das hatten wir auch des Öfteren. Und dann geht man hin und versucht wirklich diese ganze Funktionalität in diesem Berichtswerkzeug oder in dem Dashboard-Tool umzusetzen und das ist ein Treiber, ein Aufwandstreiber, den man ganz am Anfang des Projektes, wenn ich sage, ich baue jetzt ein Data Warehouse auf oder eine Datenbasis, das ist vielen nicht bewusst und das kommt auch über die Jahre, dass das Ganze anwächst. Das heißt, wenn Fachbereiche hingehen und über die Laufzeit nicht nur zehn Berichte haben, sondern wir hatten das ja auch schon mal 500 bis zu 1000 oder noch mehr und auf einmal ändert sich, nee, es ändert sich nicht, sondern es kommt ein neues Bestandssystem hinzu und man ist nicht bereit, den Weg zu gehen, die Datenbasis anzupassen, also das konsolidierte Datenmodell anzubieten, sondern, ach ja, wir nehmen einfach mal eine neue Datenquelle auf und verknüpfen die Logiken innerhalb des Berichtswesen. Was aber auch meistens dann der Fall ist, weil die Kosten direkt am Anfang gesenkt werden sollten. Da wurden auf die IT-Kosten beispielsweise geguckt und gesagt, hey, der Aufwand hierfür ist zu hoch, wir müssen den Aufwand reduzieren. Dann wird eine IT-Kostengünstigere Lösung gefunden, was natürlich dann hinten raus einfach zu viel, viel mehr Aufwand geführt hat im Berichtswesen, weil genau diese 5000 Berichte dann alle manuell angepasst wurden und teilweise auch nicht mehr funktioniert haben. Und wenn man auch nochmal die Bereiche differenziert, das bedeutet, ein IT-Bereich konzentriert sich nur für die Datenintegration und Aufnahme der Daten und gibt das andere, also die Berichtserstellung, Implementierung oder auch die Datenanalyse komplett an den Fachbereich ab und kriegt gar nicht mehr mit, was da passiert. Vom Datenchaos zum Datenschatz. Der Weg. Wenn das der Fall ist, entsteht genau das, dass die Fachbereiche sich austoben, was okay ist. Man will ja diesen Self-Service-Gedanke ja fördern, aber ich finde, man muss immer wieder das Ganze reflektieren. Man muss sich auch mal Berichte anschauen und dann auch mal ein Feedback zurückgeben und sagen, nein, so nicht, ihr entwickelt euch in eine falsche Richtung. Und wir erleben das in den Projekten immer wieder, dass wir dann gerufen werden und müssen unterstützen, was, klar, das ist natürlich, machen wir, aber das kann man auf Kundenseite, da kann man wirklich Geld sparen. Und das wird nicht gesehen oder kann nicht eingesehen werden. Es ist ja organisatorisch erstmal richtig, sich zu entkoppeln, sag ich mal, IT und Fachbereich, aber man darf sich nicht aus den Augen verlieren. Und das ist ja auch häufig dann eine Aufgabe von uns, erstmal wieder die Brücke zu schlagen und zu erzählen, pass auf, wenn ihr am vorne das und das machen würdet, dann hält man hinten raus in Summe deutlich weniger Aufwand. Und dass man dann das Gespräch sucht und versucht, die beiden Parteien erstmal wieder zusammen zu kriegen und dann eine Lösung auf der Datenbasis zu schaffen, die vermeintlich dann für alle auch die bessere Lösung ist. Grundsätzlich teile ich das, aber es wäre natürlich viel, viel besser, wenn die Abteilung nicht getrennt wäre, sondern zusammen sind. Da sind wir wieder bei den Business Intelligence und Competence Center. Das heißt, ich packe dieses Know-how und die Ressourcen zusammen, damit die Leute, die die Datenintegration vornehmen, die Aufbereitung, die Datenquellen anbinden, den Analysten auch direkt im Zusammen, also dass die auch sehr, sehr eng zusammenarbeiten, dann würde das alles nicht passieren. Genau, die Abteilungen können zusammen sein, aber ich meinte die Rollen. Das macht ja auch nichts. Genau, die sind getrennt, nur die dürfen natürlich nicht aus den Augen verlieren, damit die linke Hand noch weiß, was die rechte macht. Und man stellt es ja trotzdem sehr, sehr häufig fest, dass die IT-Seite sich nicht hinbewegt zu den Analysten, sondern die sagen, okay, jetzt habt ihr hier meine Daten. Ihr habt eine Spielwiese, das könnte losgehen. Oder ihr habt den sogenannten Data Lake, das heißt, wir haben alles angesaugt an Daten und jeder soll sich da gerne daraus bedienen. Die Idee ist ja erstmal grundsätzlich gut, aber erstens sind die Daten nicht sauber abgestimmt. Die fachliche Konsolidierung oder die Selektion oder Einschränkung, das macht der Fachbereich jedes Mal. Und das sind alles so Teilaspekte, die, finde ich, in vielen Projekten nicht zum Tragen kommen. Und das muss zum Beispiel der Projektleiter, der muss das im Blick haben. Der muss auch solche Sachen konzeptionell mit in seiner Projektplanung berücksichtigen, weil das ist auch eine strategische Fragestellung. Wo möchte das Unternehmen später hin? Und es kann ja nicht sein, dass man dann eine Datenintegrations- oder Analyseplattform einführt und Folgekosten einfach nur deshalb entstehen. Und dadurch auch die Akzeptanz, also die Leute, die mit den Berichten arbeiten, die verlierst du ja auch irgendwann, weil das für die nur noch Aufwand ist. Das kommt ja zum Tagesgeschäft noch dazu. Ja, und es ist wieder nur den Experten vorbehalten. Das heißt, es ist ja nicht mal eben, ich baue mal eben schnell einen Bericht und klicke was zusammen, ich brauche echt fundiertes Wissen, muss verschiedene Quellen wieder zusammenführen. Es ist enorm aufwendig und ja, und was wird dann gemacht? Häufig wird ja ein Bericht genommen, der wird dann kopiert, als Basis genommen für eine neue Anforderung. Genau, dann wird der wieder weiterentwickelt, weiterentwickelt, dann ist der wieder die Basis. Und am Ende hast du ein Konstrukt mit so vielen Abfragen, so vielen Variablen, wo du, keine Ahnung, 10, 15 Prozent nur noch benötigst eigentlich. Und das andere sind nur Altlasten, die aber keiner mehr überblicken kann. Und so wird das immer wieder weitergeschleppt und die Berichte werden immer größer. Und es traut sich ja nachher keiner mehr dran. Ja, ja. Und so ein Bericht wächst ja an. Das ist ja wie so ein Geschwulzt, was du ständig mit dir schleppst. Und der wird ja auch von der Performance immer langsamer, wenn alle möglichen Kennzahlen mitberechnen und keiner weiß, geht drauf und möchte gerne eine bestimmte Kennzahl oder eine Formel löschen und zerschießt sich komplett den ganzen Bericht. Weil meistens werden auch die Berichte nicht dokumentiert. Die Arbeit macht sich ja keiner. Man könnte ja schon hingehen, innerhalb des Berichts auch eine Dokumentation anfertigen. Und das machen sehr, sehr wenige. Oder eine Revision ist ja auch nicht drin. Eigentlich erst einmal gesehen, muss ich sagen. Dass es richtig dokumentiert wurde, ist sehr, sehr selten. Und das kostet einfach immer Zeit und es ist einfach aufwendig, das Ganze. Das heißt, wir haben zusammenfassend im Endeffekt als versteckte Kostentreiber, dass man das Berichtswesen nicht so einsetzt, wie es sollte. Also das Tool an und für sich nicht zielgerichtet ist, dass du dann oft nicht die perfekte Datenbasis hast. Oder dass du einfach was hingestellt bekommst als Datenbasis, wo du dann im Vorderen wieder viel Arbeit mit hast und sehr viel selber bereinigen musst. Freilauf. Also die Fachbereiche sind ja frei. Also wenn man sich die aktuellen Berichtswerkzeuge anschaut, ohne jetzt irgendwelche Namen zu nennen, die sind sehr offen. Ich kann ja alles mögliche anbinden. Auch ohne meine IT komme ich ja schnell an gewisse Quellen. Ich kann an Cloud-Plattformen dran, ich kann an möglichen Dateiformaten dran, ich kann an alle möglichen Daten, sogar an Bestandssysteme, an CM-Systeme, Finanzsysteme. Da gibt es Konnektoren und damit hat der Fachbereich natürlich die Möglichkeit, alle Türen zu öffnen. Und das kriegt zum Teil die IT gar nicht mit. Das stellt man halt auch immer wieder fest. Ja, stimmt. Da holen sich selber viele Probleme selber ins Haus. Da können wir auch mal drüber sprechen, warum das vielleicht nicht der idealer Weg ist. So, und geht mal mal einen Schritt weiter. Man hat jetzt trotz alledem sich in diese Richtung entwickelt, hat ein ordentliches Berichtswesen mit einer sehr, sehr großen Menge. Nehmen wir mal an, diese 800 oder 1000 Berichte. Und dann kommt das Software-Update. Das haben wir auch sehr, sehr häufig erlebt, dass dann nochmal erheblicher Aufwand entsteht, nicht nur, dass diese Berichte sehr komplex sind, sondern allein, weil dieser Software-Update dafür sorgt, dass bestimmte Funktionalitäten nicht mehr so unterstützt werden. Und insbesondere, wenn da so Schweinereien drin sind, die Bugs, die quasi ausgenutzt wurden, um das gewünschte Ergebnis zu erzählen, oder halt nochmal reinprogrammiert worden sind, das ist genau wieder das Thema. Das sind wiederum versteckte Berichtskosten, die keiner auf dem Schirm hatte, sondern dann sagt man ja, okay, das sind ja unsere Migrationskosten. Aber ich bin der Meinung, das könnte man alles einsparen, wenn man von vornherein sich einfach eine Strategie festlegt. Also wenn so ein Projekt kommt, dass ich sage, okay, jetzt möchten wir zukünftig das Unternehmen komplett transparent machen und wir wollen bestimmte Bereiche auswerten. Dann muss ich mir halt aber auch Gedanken machen, was möchte ich denn für Berichte haben oder für Dashboards. Das heißt, ich muss mir überlegen, welche Standard-Reports brauche ich, welche Applikationen sollen denn wirklich so ein sogenanntes interaktives Dashboard sein. Und dann geht man doch erstmal hin und bildet diese Bereiche erstmal ab, sodass man in diesem Lego-Kasten-Prinzip erstmal hingeht und erstmal diese Use Cases abbildet. Und das ist immer noch nicht der Fall. Das finde ich auch immer sehr schade. Aber diese Use Cases sind dann wirklich aus der Fachbereiche nichts oder ändern, wenn er sich getrieben ist, dass man darauf dann das Datenmodell so aufbaut, dass bestmöglich diese Anforderungen bedient werden kann im Endeffekt dann. Ja, das wäre eigentlich, ja, das ist der Idealzustand. Ja, aber was fällt dir noch ein? Also wie könnte man denn sonst noch solche Entwicklungen entgegenwirken? Dass die Kosten verdeckt aufgebaut werden. Also im Endeffekt, klar, was wir gesagt haben, wir müssen, es müssen die, die die Datenintegration betreiben, mit den Endanvendern zusammen agieren. Das ist einfach das Wichtigste, damit die zusammen sprechen und jeder weiß, was muss ich denn machen, damit einfach wirklich eine Kostensicht entsteht, die gleichgewichtig ist auf beiden Seiten. Das ist das Wichtigste. Und ich würde dafür sorgen, dass für die, für den Reportingbedarf, unabhängig jetzt davon, also grundsätzlich ist man unabhängig davon, ob es ein Standardreporting ist oder ein Dashboard, dass die Daten alle so zusammen sind in einem Datenmodell oder in einer Ausgangsbasis, damit auch jeder im Self-Service damit arbeiten kann. Ob ich dann hinterher aus einem Dashboard baue oder ein Startbereich, sei mal dahingestellt. Aber dass dieses Konstrukt, dieses Dataset da ist, das ist, finde ich, das Wichtigste. Aber das, was du beschreibst, ist ja, bevor man startet, was würdest du denn empfehlen, wenn Unternehmen bereits diesen Weg eingeschlagen haben? Ach so. Was wäre deine Idee oder Maßnahme, um aus dem, also langfristig gesehen, also man wird das ja nicht komplett abschaffen auf Anhieb, aber man könnte ja die richtigen Schritte nehmen. Klar, das bestehen dann natürlich auch einen gewissen Bestandsschutz. Ich würde auch nicht herangehen und sofort mit der Brechstange alles aufbrechen wollen und was komplett Neues bauen. Ich glaube, das wäre wieder ein Projekt, was nie zu Ende geht und was zu aufwendig ist. Ich würde eher dafür sorgen, dass man obendrauf und top vielleicht für neue Anforderungen eine neue Datenbasis generiert, die ja auch auf die bestehenden, sagst du mal, verschiedene Datentöpfe zugreifen kann, aber hier schon mal anfängt, hier zu harmonisieren und dann Stück für Stück auf dieses harmonisierte Modell drauf zu gehen. Da kann man auch diesen Use-Case-Ansatz, wir nehmen den ersten Use-Case, der geht auf diese neue Datenbasis, die ja aus den alten befüttert wird, der Bericht wird aufgebaut und dann sukzessive hole ich die nächsten Bereiche rein, weil dann habe ich alles auf der Datenbasis und dann kann ich unten drunter hinterher die Bewirtschaftung dieser Datenbasis im Zweifelsfall noch anpassen oder verändern. Das ist echt eine gute Idee, weil der große Vorteil wäre, wenn ich jetzt zum Beispiel in eine Technologie wechsle oder den Anbieter, dann entfällt da die Berichtsmigration, weil die Logik steckt dann nicht mehr in den Berichten und ich versuche krampfhaft diese Funktionalität, die vielleicht nur das Tool kann, in das nächste zu bringen, sondern ich habe die Logiken in dem Datenmodell drin. Und damit ist dann die Migration oder die Berichtsentwicklung mit dem neuen Tool oder mit der neuen Technologie wesentlich kostengünstiger. Also das ist glaube ich nochmal ein guter Tipp auch für die Hörer, da mal ein bisschen genauer drauf zu achten und versuchen Logiken aus diesen Berichten rauszunehmen und versuchen alles in die Datenmodelle zu drücken. Das ist ganz, ganz wichtig, dass man da versucht, bestimmte Formeln, Berechnungen, Zuordnung, alles zentral in die Datenbasis zu stecken. Das Zentrale ist das Entscheidende. Ich bin jedem Bericht immer wieder neu machen muss. Wenn es sich einmal ändert, dann sind wir die versteckten Kosten. Ändert sich einmal das, passe ich wieder alle Berichte an, um diese Formel zu aktualisieren. Aber das ist doch ein schönes Fazit für die Folge. Würde ich auch so sehen. Ja, und dann natürlich noch das Angebot, falls jemand vor dem Problem steht und erwartet oder meint, dass seine Berichtskosten zu hoch sind, kann sich natürlich gerne auch bei uns im Analyse-Workshop anmelden. Da gucken wir uns das zusammen einmal an und können dann individuell auf die Probleme oder auch auf die Zielsetzung eingehen, was wir befürworten würden, welcher Weg der geeignete wäre, um da zukunftssicher aufgestellt zu sein. Ja, den Link haben wir in den Shownotes hinzugefügt. Genau, bei Bedarf einfach draufklicken. Wir würden uns freuen. Immer schön zum Analysieren. Ja, ich glaube, da haben wir das Thema. Also ich hoffe, dass es Spaß gemacht hat, dass wir ein paar Themen aufdecken konnten, wo unserer Meinung nach die versteckten Berichtskosten liegen. Und ja, wir freuen uns auf die nächsten Folgen. Ja, euch noch eine gute Woche. Schön, dass ihr da mit dabei wart. Bis dahin. Macht's gut. Tschüss. Jetzt schnell noch abspeichern und dann direkt mehr Wissensschätze finden. Gemeinsam mit den Datenexperten Sven Göllner und Michael Jungschläger in der nächsten Folge von Wertgeschätzt, der Podcast. Warum Datenstrategie den Unternehmenserfolg steigert. Mit einem Klick abonnieren und keine Folge mehr verpassen.